Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs appellieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Appelliert, appellierte, hat appelliert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich appelliere. Du appellierst. Er appelliert. Wir appellieren. Ihr appelliert. Sie appellieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich appellierte. Du appelliertest. Er appellierte. Wir appellierten. Ihr appelliertet. Sie appellierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Wir appellieren. Wir appellieren. Wir appellieren. Wir appellieren. Sie appellieren. Nun folgt der Konuntiv 2. Appelliert ihr. Appellieren Sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb appellieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.